Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Die Ultras Gelsenkirchen haben eine große Spende an einen integrativen Verein übergeben und das zeigt einmal wieder, wie wichtig die auch für die Stadt Gelsenkirchen selber sind. Im Stadion gehen die Ultras Gelsenkirchen derzeit nicht. Zum ersten Spiel des Jahres, FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel am 16.01. sind da ohnehin keine Zuschauer zugelassen. Aber auch nach der erneuten Beschränkung der Kapazität auf 15.000 Zuschauer und der Einführung der 2G-Regel waren sie der Arena bereits ferngeblieben. Dafür waren sie in den vergangenen Wochen außerhalb des Stadens aber sehr aktiv. Unvergessen ist ihre Choreografie vor dem letzten Heimspiel der Hinrunde gegen Nürnberg. Auch auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen waren sie zusammen mit dem Fanprojekt traditionell wieder vertreten. Hinzu kommt der Verkauf des Nordkufenkalender, der sich in der Fanszene wachsender Beliebtheit erfreut. Für 2,50 Euro plus eine Mindestspende von 5,50 Euro konnte der Kalender erworben werden. 25% des Erlödes ging in die Choreokasse und 75% sollten an soziale Projekte in Gelsenkirchen gespendet werden. Jetzt steht auch die Spendensumme fest. Stolze 30.000 Euro konnten erst noch vier Anhänger nun an den ehrenamtlich geführten Verein LALOC Libre übergeben. Und das ist eine Megasumme. LALOC Libre ist in Gelsenkirchen in der integrativen Kinder- und Jugendarbeit tätig. Anfang Dezember ist ihr Kulturgarten samt der Gebäude bei einem Brand zerstört worden und durch die Hilfe der Schalker Anhänger kann der Neuaufbau nun in Angriff genommen werden. Doch damit noch nicht genug. Die Anhänger wollen auch selbst nochmal Hand anlegen. Wir werden die Einrichtungen in den kommenden Wochen und Monaten dabei tatkräftig unterstützen und begleiten, versparen die Ultras Gelsenkirchen. Der bedachte Verein kann sein Glück damit auch kaum fassen. Wir freuen uns immer sehr, wenn sich jemand so für uns einsetzt und sind dankbar für jede Hilfe. Doch diese Spendenaktion sollte eine andere sein. Eine, die wir uns nie erträumt haben. Eine, die uns im Moment den größten Stein von den Schultern nimmt und uns wieder durchatmen lässt. Eine, die uns erlaubt Anfang 2022 direkt mit dem Wiederaufbau unseres niedergebrannten Gartens zu beginnen. Eine, die den Kids erlaubt im nächsten Sommer wieder ihre Oase zu besuchen und mit ihren kleinen Eimerchen und Schäufelchen wieder die Natur zu erkunden, schreibt die Institution. Dann bedanken sie sich auch nochmal bei den Ultras. Die Engel dieser Spendenaktion besiegen an jedem Spieltag ihren Klub und stehen hinter ihrem Verein wie keine andere Kurve in der Region. Die Nordkurve ist ihre Heimat. Wir sagen hiermit Danke. Danke für 30.000 Euro. Danke UGE. Und das zeigt dann nochmal einmal mehr, wie wichtig auch die Ultras Gelsenkirchen nicht nur für den Verein, sondern auch für die Region sind. Tolle Aktionen. Gut, dass alle mitgemacht haben, sich einen Kalender geholt haben, das Geld gespendet wurde und solchen dann eben auch zugutekommt, die es wirklich brauchen können. Und das ist doch eine Sache, die alle freuen kann. Eure Meinung zu der Aktion der Ultras Gelsenkirchen gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao und Glück auf an alle Schalker.